Ich finde es eine Spitze, dass wir so, so viele sind, so viele geworden sind. Also Puls 210 ist vorhin geworden. Ich kann euch versprechen, ich habe eine Woche nichts gemacht, ich bin total ausgeruht. Und ich gebe mal das Tempo vor, das ist ja klar. Bidok aus Kenia, dann Fittabaisa, Äthiopier, Baumann, Jobbisontiecki und Brian Putaeb, der Marokkaner. Noch 300 Meter. Er schaut schon, er hat geschaut und Jeki macht ihm das Loch zu außen. Ja, da haben sie ihn eingekesselt, da haben sie ihn eingekesselt, er guckt, kommt er da raus. Er hofft darauf, dass Jeki nach vorne geht, damit er nach außen ziehen kann. Ja, jetzt muss er den Putaeb auch noch vorbeilassen und in dem Moment geht es vorne ab. In dem Moment ging vorne die Post ab und da hat Baumann eine ganz schwierige Position. Aber er kommt nochmal und Jeki ist geschlagen, kommt Baumann noch ran. Jetzt muss er innen durch, die Lücke wäre da. Paul Bidok, Fittabaisa, Dieter Land, Baumann, Baumann gewinnt, Baumann wird Olympiasieger. Baumann ist Olympiasieger.